Ah, kaum ruft man dich schon, bist du da. Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Aber sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ihr bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule, nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck, so lange verfolgte er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde. Ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titanen zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Oh, oh, Bosa, was war das? Dieser Krach. Was machst du denn hier? Wollen cast du dich? Wollen wir podcasten? Und scheinen. Mal.